hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play out ja wir ja wir überfallen die tankstelle da bestimmt mit rechtsklick oder ist ein typ ja dass wir deine ruhige methode machen wir sind sogar so nett hast du mal den film baby driver geguckt müssen so genau ja da es ist geht halt über so ein fluchtwagen fahrer der irgendwie wie transporter ist der film eigentlich und da hat er auch irgendwie so viele dinge gemacht weil wieso kann der rausgehen aber ich nicht ja wo läuft der denn hin der ist hier links abgewogen ja der typ ist hier hinter die toiletten häuschen gelaufen auch entwickler ja warte ich jetzt bitte auch noch mal vorher vielleicht naja da sehe ich jetzt nicht so viel ein hinterraum ich mag sein pullover pullover oh wir müssen uns unauffällig verhalten nee ja ja nein das ist halt echt das ist halt wirklich sehr hässlich ich sauf mich lieber feld wieso kann ich nicht noch mehr saufen hast du schon gesoffen deswegen hat er gebackene bohne an und snacks hast du das mitbekommen in leipzig war das glaube ich mit diesen kaugummi automaten ne ja die hat jemand aufgebrochen und nicht das geld geklaut sondern die kaugummis äh ich werde die dinger auch nie essen aus diesen teilen ich weiß nicht wie lange die da schon drin liegen naja wie mein schwanz weiß ich noch nicht okay jetzt werden wir jetzt schon sehr auffällig so als kunde ja was ist das für einer alter weißt du wer das ist das ist gerard depadieu ja es ist so sieht gerardine depadieu aus ach so oh mein gott golden fika also ich meine ich weiß dass in schwedisch kaffee fika heißt und das ist heißt das ist heißt willst du mit mir kaffee trinken wolle fika ja 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 Ne, ich muss... Stimmt. Doch, da war einer. Oh mein Gott! Ich laufe so langsam hin. Oh mein Gott! Die Kombination ist E2384. Oh. Kann ich die erschießen? Soll ich die mal schießen? Oh. Schade. So. Und jetzt kommt Babydäuber. Ist das überhaupt unser Auto? Als wenn die Polizei so schnell da ist. Was? Was? So. 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 das ist nicht mal vernünftiger service naja jetzt können wir uns aussuchen welche waffen wir nehmen oder was was haben wir denn all der m16 mp5 das ist das sieht aus wie eine k98 und eine pump gun ich bin in der mp5 na was für eine physik das ist die fast bald engine sage ich dir aber ich stehe eigentlich nicht so auf ego shooter wissen ja alle nein niemals ja mp5 ist schön kann ich da eigentlich aber wir können doch noch mit der hier was machen ja du kannst da dosen werfen du störst unser gespräch was mache ich da was ist das denn sinn weil wie viele flaschen sind da drin ja ich weiß nicht eine läuft die ganze zeit rum ich wusste gar nicht dass diese frau ja hier ist doch noch mehr nicht doch ich finde schon aus dem bisschen so ein schuss parcours kann man wir können doch so richtig so übungskurs machen ich muss dir höchstens das weibringen ich will einmal treffen ja das ist qualität braucht seine zeit kommen hier habe ich in einem magazin alles kaputt gemacht ich muss ihr jetzt einen cut machen ja ich muss testen